Musik Herzlich Willkommen zum Musikalischen Quartett. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer ersten Sendung hier live aus dem Epizentrum des guten Musikgeschmacks, dem Sonic Ballroom in Köln. Hier werden wir, das heißt Mirko Cardineo, Silvio Pasadakis und meine Wenigkeit euch die drei wichtigsten Platten des Monats besprechen, damit ihr wisst, was angesagt ist und was nicht angesagt ist. Ich würde jetzt sagen, wir trinken erstmal einen auf unsere erste Sendung. Genau. Wohlsein. Prost. Wohlsein. Prost. Wohlsein. Acht. .